Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft CrackBlog Ich habe off-screen ein kleines bisschen weiter gemacht und zwar seht ihr hier mit Deponitive Blast Fenest da fehlen nur noch drei Blöcke in der Tat Also da habe ich ja beim letzten Part habe ich ja so gesagt vielleicht wären wir fertig Sagen wir mal so, ich wollte dass wir fertig wären also habe ich off-screen ein bisschen weiter gemacht was ich auch noch gemacht habe ist ich habe hier die ganze Apparatur ein Block weit nach hinten verschoben beziehungsweise dieser High Pressure Steam Portschämmer der ist jetzt nicht mehr hier, sondern nicht hier und der Grund ist dass es hier mit dem Observer und diesem Steamwalk Breaker ist je nachdem da halt eben sich die Ritzungssignale sich gegenseitig beeinflusst haben und das wollte ich halt eben nicht haben aus dem Grund habe ich das einfach Block nach hinten verschoben dann sind wir erst dann können wir sicher gehen dass das ganze hier funktioniert Äh Enda, ich habe was herausgefunden Ja? Nur dass du Bescheid weißt, komm mal mit Du schmeißt ja hier die Sachen rein in den Kessel Ja? Normalerweise kannst du wenn du die so eins hinter rein schmeißt nur drei Stück verwandeln Schmeißt du die allerdings aus dem Inventar heraus rein verwandeln sich direkt mehrere Das war mir auch schon vorher bewusst Mir nicht Also das wusste ich schon Also das habe ich auch in den Part zuvor auch immer gemacht dass ich alle auf einmal reingeschmissen habe Das wusste ich noch nicht Das weiß ich aber jetzt Ja, aber wir haben jetzt genug Gipsium wie ich sehe Wir haben sogar drei über Ich habe jetzt Ich habe mal ein bisschen zu viel gefarmt Und wir haben doch genug Konkrete gehabt Das Ding ist, ich habe halt eben geguckt hier auf die Firebricks wie viel wir brauchen aber nicht darauf geachtet Ja, ich habe hier gesagt ein paar mehr gemacht Ja, das das hatte ich da in dem letzten Part nicht so ganz auf dem Schirm gehabt Jetzt weiß ich nicht mehr was wir mit dem übrig gebliebenen Concrete machen sollen aber Hey, wir sind jetzt durch Die 30 Bricks So In den Ofen rein tun Jetzt sehen wir auch noch zwei Small Bronze Pipes die wir sind auch recht hilfreich Und dann mal gucken ob es funktioniert Ja Das Ding hat eine UI das heißt wir haben alles richtig gemacht dann jetzt noch Kohle und Eisen rein tun Eisen ist drin Eisen ist drin Und vielleicht vielleicht muss man hier diesen Block als letztes platzieren Ach, da unten fehlt ein Block Oh, wir brauchen noch einen Block Also kein Fail vom Spiel Fail von mir Aber zum Glück haben wir noch drei Gypsium übrig das heißt wir haben schon alles was wir benötigen Ist doch alles perfekt so 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 ein Glück habe ich das Criosa Oil machen, die schauen auch keine Notwendigkeit und zack, funktioniert es jetzt, jawoll, es leuchtet, es Material verbraucht sich und der Pfeil updatet sich. Wir haben schon 29 Steak, geil. Wir können daraus sicher ein paar Maschinen bauen. Ich muss mir jetzt erstmal einen Flinte und einen Steak. Okay, ich guck mir jetzt an, wie es geht. Aber anscheinend bin ich zu dumm. Ah, Steak Nugget. Den brauchst du. Okay. Gut, jetzt haben wir natürlich acht Steak Nuggets. Acht Steak Nuggets. Ah, ich wollte ja diese Water Pump machen. Oh, ich brauch einen Flinte. Ich bin absolut inkompetent, was das angeht, anscheinend. Aber hey, Flints haben wir ja jetzt genug. Bronzerhal. Okay. Ich glaube, ich beginne mal damit mal ein bisschen Bronzer auf Masse zu produzieren. Durch die Team, Ingot und Copper. Was ist jetzt gemacht? If you want a lot of Sharkar at once, you can place woodpiles in any recantular square shape. Cover it in the Kettenblocks and light it on fire. Das kennen wir schon. Da haben wir kein Copper. Da haben wir noch Copper. Da haben wir auch noch Copper. Kein Copper. Copper. Aber irgendwie konnte man noch Copper herstellen. Oder? Äh, was? Da kommt immer nochmal Copper herstellen. Außer mit Copper. Gab's da noch irgendwas? Die ganzen roten Arze. Das Tetrahydrite. Das gab's noch. Und jetzt gab's ja noch so. Tetrahydrite ist eins. Dann gab's noch. Die anderen seh ich grad nicht. Aber wir haben so viel Tetrahydrite. One Knight. Genau. One Knight geht auch noch. Also wir sollten relativ viel Copper herstellen können. Ach, der heißt Worktable. Worktable. Wir haben noch so viel Copper, was wir noch produzieren können. Ich muss mir jetzt hier mal kurz ausrechnen. Nämlich möchte das hier schon alles, ich sag jetzt mal Deck gemacht. Also ein Stack für drei Stacks. Und jetzt geht's. äh könnte ich einen steel mesh machen ja das bräuchte ich nicht gerade mal dann müsste ich nicht mal gerade verziehen ein bisschen aufheben da darfst du keinen sagen wie scheiße ich in englischer rechtschreibung bin also was hier ist nicht schmelzen gleich geht es an die belastungsgrenze von der smeltery und jetzt ist unsere feile kaputt auch so pläts aber wir haben genug eisen das heißt sie ist schnell repariert durch das die ganze zeit auch eisen produziert haben haben wir jetzt halt auch genug für bronze beschätzt du was ist jetzt falsch ich brauche einen kackstick noch hoch da da das ding ist halt eben das vermischt ich auch nicht alles sofort okay wir haben was war das denn für eine quest gerade auch ein bisschen verwehrt bei lvh hatten wir kein fortschritt dann steam das auch nix mit mesh da ich hab's gefunden aber im manual age ja ok jetzt würde dass wir blau hier hier so was hier machen das hier war das hier war so eine checkbox quest oder einfach anklicken und nicht durchlesen durchlesen ist wie so die agbs ja ja genau richtig ja ich stimme zu also ganze schmied ist jetzt hier voller copper tin und bronze guck's dir an oder oder glaub mir einfach dass die ganze schmiede voll ist ich glaubte einfach mal ich muss grad gucken wie man nickel erstellt äh fünf prozent fünf prozent ja das ist belastend wir haben anders sieht richtig automatisiert ja wir haben die red automatisiert granit obela jetzt bin ich komplett auch wir haben zwar auch für sich anders sind automatisiert nehmen man sich einfach mit dem koppel ja gut aber ob ich jetzt granit oder anders sieht benutze welche die gleiche wahrscheinlichkeit dann dadurch haben ja richtig ja aber ich glaub noch haben wir kein koppel weil erstmal hier noch das andere verlaufen muss ich habe auch schon überlegt ob ich vielleicht nicht weiter crushen soll mit äh ich habe uranium erst wenn man nehmen das heißt gut schnell genug morgens sich ja als ich abzapfen kann daher warte ich noch ein bisschen die 48 bronze sollten auch vielleicht auch ich hab mir sogar mehr als ins deck dann kann ich das andere schon mal los werden warum mit drei geschenken 24 das ist natürlich jetzt dumm dass wir nur eins die mensch momentan haben aber sag ich halt sinnvoller so bronze halb fertig okay dann bronze rotor zuerst okay vier plates eins zwei drei vier zack zack dann als nächstes noch die screw dann kann ich mal grad wieder gucken das ist so das ist so das ist so dafür bräuchte schmolten nickel in kombination mit dings eins zu eins und sind gott mit der pfeil ach das ist gut was ich habe ist die scooter und die pfeil sind komplett gleich aus aber das sind sie nicht ich weiß und jetzt die chainsaw ich bekomme sagen die ich noch nie in meinem leben gehört oder gesehen habe und jetzt auch der ring und jetzt auch der ring hätte ich das jetzt auch schon mal dann noch medium ich brauche dreimal large und viermal medium viermal medium das heißt das hier zweimal sind dann alter alter was machst du eigentlich grad mach grad hier die pumpe die viel mehr zieht als ich es mir vorgestellt habe und mein banding zirkel geht kaputt haben wir noch einen das ist ein small oh da haben wir noch einen ich will keine neuen kraft aber ich glaube gleich wieder meinen hammer kaputt jup alter ich krieg nur einen nickel raus ich hasse kleine prozentchancen ich hasse sie ja ich habe nur ich habe insgesamt ein nickel bekommen halleluja okay lass mich raten an die schmeiße kann ich momentan nicht ran richtig naja die ist blockiert kannst du aber auch schon mal das bronze rausholen mir da helfen ne ich muss gleich mal ganz kurz an die schmiede ich glaube die small dinger brauche ich gar nicht okay ich krieg sogar iron raus also habe ich das jetzt noch zweimal craften muss es ist so teuer es ist so fucking teuer eigentlich ist das nicht mal so notwendig ist halt mehr so quality of life ach du scheiße du willst mich verarschen ach ich brauch dreimal large nicht zweimal oh fuck ach dann halt eben nochmal zwölf bronze ist ja kein problem für uns bevor du denn noch mehr bronze reinballerst will ich gleich erstmal meine sachen da bitte man ich brauch die schmiede ganz kurz gleich ich würde halt so gerne aus deinen 15 blöcke blöcke erstellen aber die kannst du dann nicht mehr zurück craften außer wenn du die in der schmiede wieder einsetzt weil brauche ich alles so und der hammer so jetzt bin ich hier den brennigen scheiß so pump so meine güte hier war das ein krampf inzwischen auch das funktioniert das so so das ist so ich so 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 jetzt jawoll ja vollautomatisches wasser woop woop hype wir haben noch mehr als 12 fucking blöcke dings hier drin ok jetzt kann ich wieder übernehmen ich frau die scheiß military ok dann kannst du aber schon mal vielleicht das bronze geben was du bereits im ventar hast mischier large bronze boiler und das mal 9 und das mal 9 holy fucking shit holy fucking shit holy fucking shit holy fucking shit oh eh da muss schon mal ein paar bricks erstellen Und zwar 9 Bricks Haben wir nicht, ok Den Schott habe ich automatisiert, lol Es wird nicht weniger Aber diese Masse, die brauchen wir halt wirklich, das ist das Problem Schön, ich brauche einmal kurz die Schmiede, um zwei Metalle zusammenzufügen Und zwar 9, nicht 8 Oh, hier ist ja noch eins Das ist das 8, du bist Nummer 8 Opa Das ist das 8, du bist Nummer 8 Das sind nur ungefähr 8 Blöcke Ja toll Habe ich gerade mal die Hälfte Das ist das 8, du bist Nummer 8 Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben 15, das heißt wir brauchen noch 12. Das heißt, da wir immer 3 auf einmal kriegen, noch 4, 24, 22, 44. Also ich kann dir nur sagen, dass in der Schmelze noch 2 Blöcke an Zinnen drin sind und 0 Bahnen an Dings drin sind. Kupfer. Ja, blödig. Ja, wo ist der ganze Clay hin? Ah, da. So, jetzt sind da noch 2 Blöcke an Zinnen drin. Und 8 Inglitz. Wird man schätzt damit? Warte, 2, 8. Ich glaube, ich tue einfach auffüllen. Ist dann, oder? Nee. Na komm, tu die einfach kurz verwerten. Warte, ich guck mal. Warte. Warte, warte. Scheiße, ich brauche ja Eisen dafür. Und Eisen und Tinn verschmelzen zu Tinnalloy. Fuck. Das geht leider nicht. Kannst du jetzt schon mal das Bronz geben? Ja, marsch. Noch 2 Inglitz. Noch 1. Jetzt ist Melchiori leer. Ein Eisen. Oh, nee. Das ist. Was ist das denn? Na, wir haben hier Werkstoffe, mit denen ich mich nur auskenn. Wir haben noch 23 benötigt. Ich habe jetzt 27 gecraftet. Wtf. Wir brauchen so Firebox Casing. Hier brauche ich 7. Das heißt, dieses Koffeln Rezept 3 Mal. Das heißt, wir haben 12, wir haben 24. Hi. Zack. Und dann auch What. Davon brauche ich. Dann 4 Mal 3 sind 12. Dann noch 3 Mal das Frame. Ich muss mal unsere Kühlschlachten. Okay. Oh, nee. Ich brauche es gar nicht. 12. Ich brauche es gleich mal eventuell von dir Holz. Ja. Was war es nochmal für ein scheiß Block, ey. Firebox. Firebox Casing. Das heißt, das ist 3 Mal. Ja. Ich brauche von dir Holz, bitte. Mhm. Das ist 3 Mal. Danke. So, Bronze Frame. Das heißt, das heißt, davon 6. Ach, ich kaufe dir die 4 auf einmal. Ich brauche noch 5. Zack, zack. Und zack. Okay. Ich habe jetzt 2 Mal einen screwdriver. Quest complete. Ja, jetzt 3 von euch. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Ist ja auch wieder hier in der Truhe drin. Ich schaue es, wenn ich Schiff glücke, dass es dann sofort da in die Truhe reingeht. Ach, da ist der Hammer. Das ist ein Hammer. Ich schaue es, wenn ich Schiff glücke, dass es dann auch wieder in die Truhe reingeht, dass es dann auch wieder in die Truhe reingeht, dass es dann auch wieder in die Truhe reingeht. Ach, das ist ein Hammer. Ach, das ist ein Hammer. Ich schaue es dann auch wieder in die Truhe reingeht. Ach, das ist ein Hammer. Ich schaue es dann auch wieder in die Truhe reingeht. Ich schaue es dann auch wieder in die Truhe reingeht. Ich schaue es dann auch wieder in die Truhe reingeht. Diese Ohrdinger. Ah, Nickel-Ohr-Chunk. Ja. Ah, das ist Crushed Enercid oder Granit mit einem Steel Mesh. Okay. Das zahlen wir nicht zufällig noch. Wo hast du das Steel Mesh mit dem Dings aufgestellt? Das Steel Mesh habe ich einfach mal gerade eben hier ersetzt, einmal kurz. Ach so, ersetzt, aber wieder zurückgesetzt. Was ist der Stil Mesh? Immer im Invental grad Ich brauch's jetzt ich, wolltest du nur wissen? Das brauch ich grad gleich nochmal deswegen Dann Large Bronze Boiler Ich glaube ich will die ganzen Bronze Dinger noch fertig haben, dann können wir den Part beenden Large Bronze Boiler Alter Aber ich brauch dafür so ein Bronze Machine Ding, das ich ja habe Also Also diese Integrated Logic Circuit, dafür brauch ich Drei Stück Alter, wir brauchen Stil dafür Äh, darum kümmere ich mich jetzt nicht Bronze Pad Casing Du machst heute grad die eine Challenge, die ich neu aufgedeckt habe Warum machen wir nicht erstmal alle Stil Maschinen? In dem vorigen Zeitalter Ja, weil wir erstmal hier noch auf Stil warten müssen Ja, aber für die anderen Quests brauchen wir ab jetzt auch glaube ich Stil Ich seh grad das eine Stil läuft nicht mehr, weil da keine Chuckle mehr drin ist Ich hab nochmal 48, das ist sehr gut Und bald geht auch die hier unsere Chuckle aus Was für ein normaler Kohle könnten wir auch benutzen Was für ein normaler Kohle könnten wir auch benutzen Ah ja, dieses Okay Warte, ich guck nochmal hier nach Coal Chuckle oder Coal Coke Also normale Kohle geht auch Also normale Kohle geht auch Wie geht normale Kohle? Coal? Was ist da am einfachsten? Aha Coal Dust Also einfach irgendwas hier mit Coal oder Grafit einfach in den Ofen Dann haben wir dieses Liquifacted Coal Quest Complete Coal or Chunk Ah das ist dann den Crushed Coal Und dann haben wir ein Pure Pile of Coal Dust Und dann kriegen wir Coal Dust Und Coal Dust dann halt eben in diesen Liquified Coal und aus Brauchen wir in den Gem Chart für Hammett Gem Hammett die Gem Cast Kann gut sein, ich würd sagen ja Ich find jetzt tatsächlich keine Gem Cast Weil wir dafür Emeralds brauchen, wir haben auch keine Emeralds oder? Mh Nächste Geschwisse Ich seht doch nicht wie wir welche herstellen Okay wir kriegen wir Coal in Massen Das ist leider keine Option Flawless Coal Flawless Coal Coal Block Exquisite Coal Vor diesen Sifter Vor diesen Sifter Ich glaub nicht dass er Coal Dust angenommen hat Coal Coal Charcoal oder Coal 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 Aber wir haben doch dieses Liquid komische scheisse Coal da Ja, das ist Lückefied Coal, aber das können wir nicht in normales Coal machen. Achso. Und da gibt es irgendeine easy Möglichkeit für Charcoal. Ja, dein komisches Holzteil da, was man anzünden kann. Das Woodpile. Oder halt hier unseren Coke-Ofen. Ja, aber unser Coke-Ofen ist zu langsam. Und seitdem haben wir wieder einen Überfluss an Chlorozoat. Ähm, was denn hier? Sulfuric Acid. Okay, das kriegen wir nicht. Man kann es ja eigentlich schon mal anfangen. Boah, wir gehen hier nochmal diese Piles. An sich würde ich das halt mit Quirbel machen, weil das am effizientesten. Beziehungsweise Quirbel haben wir halt genug. Stimmt, wir haben ja schon Quirbel. Boah, muss ich auch noch mal ausnahmsetzen, wie das nochmal funktioniert hat. Quirbel haben wir jetzt vielleicht nicht mehr, oder? Ne. Belastend. Bronze Pubcasing, ja, das wolle ich noch machen? Doch, haben wir. Liegt mich schon nicht an. Ich will es doch haben. Äh, zweimal Medium. Oh, Bronze Firm brauchen wir noch. Nice. Da brauchen wir sogar noch eins von denen. Ach, komm ey. Sieben Prozent Chance. Fünf. Zeben Prozent Chance. Die Place. Place what? Es gibt kein Crafting Rezept für die Place what? Also die Wend ist okay. Es gibt kein Crafting Rezept für die Place what? Bronze Pipe Casing Medium Bronze Pipe 24, okay. Habe ich dir den Fortschirmain getan? Da. Oh, okay, jetzt kapier ich wie. Der Fortschirmain ist schon wieder am kaputt gehen. Das ist unglaublich. Und tschüss, Fortschamain. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst, hier so ein paar Places zu spawnen. Vor allem hier auf dieser Holzinsel ist das halt dramatisch. Ja, ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Also, also, auch nochmal vier normale Plates, aber das ist für uns inzwischen kein Problem. Schöne, dass das nicht funktioniert hat. Und, gut. Dann, 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 die ganzen Input-Dinger da, um den ganzen anderen Scheißkimmel, spiel ich im nächsten Part. Jo. Ich würde auch langsam sagen, kann man den Part beenden, oder? Ja, dann kannst du die ab Mord machen. Juhu. Wir haben mal wieder ein bisschen mit geschafft. Hast du eigentlich alle Crafting-Rezepte nachgeschaut, die ich noch gemacht habe? Oh, die Prox-FM waren unnötig. Ähm, ja, also, dieses eine Workbench, was ist das letzte, was du gemacht hast? Ich habe noch, ähm, Plates vor der ATC gemacht, indem ich, ähm, das durch Steel Mesh gesiebt habe. Ja, das sehe ich. Und auch Skystone kriegt man so. Und Closed on was auch. Genau, das habe ich noch gemacht. Und ja, ich würde sagen, mit dem halbwegs sehr erfolgreichen Part, beenden wir hier die Aufnahme. Man sieht sich. Ciao. Ciao. Ciao.